Ich möchte ein paar Worte sagen über die nächsten zwei Kompositionen von Heinrich Beise. Zuerst über Posidion. Posidion ist eine Komposition, die ursprünglich 1987 für ein Klavier zu zwei Hände geschrieben worden war. Und später, in Beise inspiriert durch unsere mehrhändigen Klavieraktivitäten, hat das Stück bearbeitet. Und in 2002 wurde dann für zwei Klavier zu sechs Händen fertiggestellt. Posidion heißt die Zeit im altgriechischen Kalender zwischen Mitte September bis Mitte Oktober. Aber das Stück wurde auch in dieser Zeit komponiert. Die Ur-Aufführung dieser Version, zwei Klavier zu sechs Händen, fand 2003 in Samadlo in Italien statt. Sein zweites Stück, das wir heute spielen werden, heißt Besslang und davor haben wir auch viele Zahlen. Besslang ist der Name einer Stadt in Nord-Ossetien, im Gebiet Nordkaufkausus in Russland, die uns neulich durch schreckliche Geschehnisse durch ein Geiseldrama bekannt geworden ist. Die Zahlen bedeuten die Daten, an denen viele Menschen, darunter auch viele Kinder, gestorben sind. Der Komponist schrieb dieses Stück im 2004 als Andenken an die Opfer des Terrors. Die Ur-Aufführung fand auch gestern in Tübingen statt. Applaus 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 Amen. 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 Thank you.